Ey, wenn das so passiert, ne, dann bin ich sofort tot. Ich möchte einmal in diese Aufnahme konfig schreiben, wir fangen jetzt an aufzunehmen. Und ich möchte so viel Material zusammen haben, dass ich einen traurigen Song machen kann und ganz viele Erinnerungen anblenden kann. Ich will einfach nur leben. Mehr ist mir irgendwie scheißegal. Ich hab Angst. Oh Gott, Aileen. Wir packen das. Bitte sag mir einmal, dass wir es packen. Wir packen das. Fünf Minuten. Ich sterbe jetzt, ne? Lass mich nicht allein. Team gegen Team, ja, jetzt wird gekämpft. Ausdauer geschickt, unser Team ist perfekt. Ohne Sinn, aber mit Verstand. Sterben die Gegner am laufenden Band. Yeah, das ist mehr als nur Glück. Hashtag ohne Sinn, unser Team ist verrückt. Die Warnung ist raus, leg dich, ich mit uns an. Uns töten eine Sache, die keiner von euch kann. Ich sterbe gerade. Aileen, du weißt, ne? Wo du lang musst. Rechtsdrehung und durch, ne? Oh mein Gott, ja. Tomaro, ich kann nicht. Ich lefte, okay? Ich lefte. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los. Okay. Oh, die laufen alle da rein. Die laufen alle da rein. Bisschen weiter links, komm, bisschen weiter links. Die laufen alle hier hin. Ich bin hinter dir. Bist hinter mir? Ja. Oh Gott. Lauffehler. Ich bin vor dir, ich bin vor dir, ich bin vor dir, ich bin vor dir. Bei mir noch nicht. Bist du hinter mir? Bist du hinter mir? Nein, ich bin weiter links runtergelaufen. Ich seh dich, ich seh dich. Komm, 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 schnell weg. Ich hab gesagt, lass lieber nicht diesen alle da in dem Wald. Bist du hinter mir? Ja, ja, so halbwegs. Versuchen noch ran zu, ran zu, ran zu, ran zu püschen. Oh, der ist schon, der ist schon. Ja, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, komm, schnell weg, stell dich weg. Erschlagen auch noch. Also mit der Hand oder was? Ja. Aber wir verlieren so viel Essen tomorrow. Okay, dann, dann komm, bist du hinter mir? Lass bitte zu den Bäumen gehen und stecken. Ja, aber da hinten zu den Bäumen, bitte, bitte. Ja, in den Bäumen drin am besten. Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Und es leckt ein bisschen. Andere, tomorrow, ich brauche einen Schwein, ich brauche einen Schwein. Da kommt einer, da kommt einer, tomorrow, tomorrow. Schnell, 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 weiter, nicht laufen. Mach den Schwert, lauf, lauf, mach, mach den Schwert. Los. Ja, hol den Baum, hol den Baum, hol den Baum. Ich kann nicht mehr rennen. Ich mach unten, ich mach unten, ich mach unten. Machst du die Werkbank? Ich mach die Werkbank, ich mach die Werkbank. Ja, ich mach die Werkbank. Er kommt jetzt, er kommt jetzt. Er ist neu hinter ihm. Was? Er läuft weiter, er läuft weiter, Gott sei Dank. Mach weiter, ich hab kein Holz, ne? Oh Gott, ich hab's, ich hab's. Er schlägt mich, er schlägt mich, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich glaub's nicht, ne? Lass dich nicht alleine. Ernsthaft jetzt, ich fang gleich an zu weinen. Ich bin auch klickleisch. Ich kann nicht mehr rennen, ich kann gar nichts machen. Das ist einfach so lächerlich. So lächerlich. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, ich hab Angst. Ich bin alleine. Ich kann nichts machen, ich fang gar nichts machen. Ich treue durch, ne? Das ist doch einfach so lächerlich. Scheiße, ich fang nichts machen, ich fang nur neben mir. Hast du noch viel essen? Oh Mann, das kann doch nicht sein, da war doch keiner weit und breit. Scheiße, Eileen, das machst du mit mir. Kack. Scheiße. Ich werde sterben. Sind wir immer noch hinter dir? Ich höre schrecklich, ich höre Monster. Und ich habe nichts, ich höre Monster, hab nichts, bin am sterben gleich. Ich bin in eine Höhle geflogen. Du hast einen Baum. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin überträumt, weil ich nicht traurig bin. Kack mal. Ich hab das, das war eigentlich wirklich, das war das, was ich unbedingt machen wollte. Das war genau das Projekt. Wir üben seit einem Monat. Das ist einfach lächerlich. Ich habe doch gesagt, die Targeten uns 100% ist... Das war so... Ich war so sch... Ich war so... Zur Erklärung, mindestens zwei Teams, ja? Haben gesagt, sie werden uns Targeten, ja? So mehr oder weniger und ganz ehrlich, als ob. Das ist doch nicht wahr, Alter. Das war das lächerlich. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nichts machen. Bitte Neustadt, ja genau. Das war doch klar, ich hab doch... Schreiben das welche? Ja, sie sagen, bitte, bitte Neustadt und so. Als ob es jetzt gemacht wird. Ich werde sterben, Eileen. Ich werde so sterben. Aber ganz ehrlich, es hat Hammerkrass am Anfang bei mir gelegt. Das war mega scheiße. Und dann Targeten die uns. Warum sind die denn alle auf unsere Seite gelaufen? Wieso sind die denn alle zu uns gelaufen? Die sind alle zu uns gelaufen, also in unsere Richtung. Mhm. Ich hab gar nichts, es ist gleich Nacht und ich werde sterben in der Nacht. Ich hab kein Essen, ich kann nicht mehr regnen, ich kann nicht rennen, ich kann gar nichts. Ich zitzere am ganzen Körper. Da gab es eigentlich nur Sachen Neustadt. Schreiben die alle, sie sollen Neustadt? Ein paar, die Toten halt, die Toten halt. Ein paar meinten war unfair, ein paar meinten das, ein paar meinten das. Oh mein Gott, jetzt hab ich hier nichts gemacht, weil ich brate. Mann, Alter. Jetzt hab ich zwei Fleisch. Hab volles Leben. Hab Steinschwert. Das ist so deformiert, wenn man dir jetzt zuhört. Tut mir leid. Ich glaub, mir tut sogar fast noch mehr leid als dir selbst. Nee, glaub ich nicht. Doch. Mir tut es so mega leid, weil du hast dich mindestens genauso gefreut wie ich. Minimum. Du weißt nicht, wie deprimiert ist. Deswegen hatte ich ja halt Angst, an den Baum zu gehen. Weißt du, ich dachte, weil wenn man an einem Baum steht, man ist einfach mal wirklich... Man kann so schnell gebumst werden. Ich bin jetzt ganz alleine. Ja, aber wir konnten nicht mehr rennen, wir mussten eng was machen. Ich weiß. Das ist das Einzige, an was ich gar nicht gedacht hab, an dieses Rennen. An dieses, man muss sich ja noch schnell bewegen können. Darauf hab ich nicht gedacht. Und ich bin jetzt ganz alleine, doppelt gegen Zweiertyp. Was soll ich machen? Ich bin übelst schlecht. Was soll ich jetzt machen, Alter? Ich kann nur gegen Zweier... Hier sind doch alles nur Zweierteams. Wie soll ich das denn machen? Das ist immer so. Hätten wir die... Ich hab's gesagt, hätten wir die erste Folge überlebt. Wir hätten gewonnen. Also was heißt gewonnen? Aber wir hätten... Wir hätten richtig viel aufnehmen können. Weil nach der ersten Folge können nicht alle aufnehmen. Oder das machen nur manche. Und dann hat man so viel Zeit. Dann hat man so viel Zeit. Das ist einfach lächerlich. Nein, Alter, nein. Was mach ich jetzt? Oh, Kacke! Ist voll die Heususen-Folge jetzt. Aber scheißegal, Alter. Es sterben die ganze Zeit Leute, ne? Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich aufnehme, Eileen. Das ist doch lächerlich. Ja, ganz ehrlich, die sollten Neustadt machen. Och, Mann! Ganz ehrlich, ich muss mal euch nochmal was sagen. Auch wenn, ich weiß nicht, ihr seid ja auch noch da wahrscheinlich. Wir sind eigentlich wirklich Leute, die sich jeden Tag Gedanken über dieses Projekt machen. Wir haben so viel darüber geredet, was wir machen, was für Taktiken wir austüfteln. Was wir Tolles machen und so. Und jetzt, jetzt wo es soweit ist, muss genau so jemand wie wir geschadet werden. Intro. Intro. Malen. Üben. Spielen. Darüber hinaus. Drewo. Ohne Ende. Darüber reden. Sich richtig, äh... Sich richtig darüber in Kenntnis setzen. Alles, wirklich, wirklich alles dafür zu tun und so. Und dann sowas. Und jetzt bin ich hier alleine in dieser weiten Welt von zwei... Oh, ein Skelett. Jetzt bin ich hier ganz, ganz alleine gegen zwei Leute immer. Monsterjäger hab ich bekommen. Ich weiß nicht, wann ich leften muss, ne? Ich auch nicht. Siehst du das bei OBS nicht, wie lange du aufnimmst? Doch, 31 Minuten. Gegen davor. Jetzt treffe ich doch sowieso gleich ein Team. Äh, lefte einfach, wenn andere leften. Die leften alle schon die ganze Zeit ab. Und manchmal einer später, mal einer früher. Ja, vielleicht war die im Toten. Ja, eben. Das weiß man halt nicht. Aber Squash lebt doch noch, ne? Ja. Guck, wenn Squash lebt. Sonst... Das ist eine Idee. Boah, das ist doch verkackt. Egal. Ich bin nicht einmal, ich gehe gar nicht in Höhlen oder so, nee. Ich bin lustlos, glaube ich, gerade durch die Welt hier und sammle Essen. Ich werde sowieso gleich ein Team sehen und dann sterben. Aber komm, ich nehme noch einen mit. Ich nehme noch einen mit für uns. Ich würde gerne mitspielen. Aber ich habe doch gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, einer von uns wird gleich am Anfang sterben. So wie das in Revo auch immer war, ja. Ich baue nie wieder so einen Baum so ab, ne? Ich werde nie wieder Kedos nachmachen. Nie wieder. Ja, wir hatten kein Essen mehr. Wir mussten irgendwas machen. Aber wir hätten vielleicht noch auf den Baum raufgemusst. Aber ich weiß, wir hatten Panik, weil da war einer hinter uns. Ich weiß, es ist ja alles fair dabei. Aber ich war selbst so perplex und so. Hm. Oh, oh, der eine macht gerade eine Ansage. Er sagt, er sieht Mr. Squash. Wenn Mr. Squash jetzt stirbt, ne? Dann macht er bestimmt neu. Nein, Spaß macht er auch dann nicht. Aber außer es gab wirklich einen Riesen-Bug oder so. Dann würde er nicht machen. Aber lächerlich halt. Ich weiß ehrlich nicht, was ich sonst sagen soll. Das ist irgendwas Unterhaltendes zu sagen. Geht gerade nicht. Kann ich vollkommen verstehen. Aber trotzdem würde ich mich... Oh mein Gott! Typhon wurde von einem Skelett erschossen. Entschuldigung. Aber ich ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt aussieht. Oder ob du es immer noch so siehst. Aber ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du trotzdem immer noch dabei bleibst. Ja, mach ich. Ich hoffe es. Weil sonst bin ich wirklich aufgeschmissen. Du weißt, wie ich abgehe, wenn ich gar nichts, gar keinen bei mir habe und so. Ich habe mein erstes Eisen. Das ist einfach so scheiße. Ein paar lieben mir. Also richtig viele. Also drei, vier Leute hintereinander gleichzeitig. Weißt du, wann es gestartet hat? Zehn nach, oder? Keine Ahnung. Ich habe gar keinen Plan. Nicht mal annähernd. Ich habe es jetzt schon dreimal gefragt, aber mir gibt keiner eine Antwort. Wieso? Getty Freak wurde von Riox erschossen. Tim Hagel wurde von Toxic erschossen. Riox wurde von Toxic erschlagen. Ja, läuft bei dir, ne? Ich mache so richtig YOLO hier gerade, ne? Ich habe Double Kill gemacht, aber ich mache hier richtig YOLO gerade. Auf jeden Fall ist wichtig, dass du das Essen hast. Ja, da habe ich richtig, also das ist jetzt richtig viel, aber für die Anfangszeit habe ich schon genug von eigentlich. Und Zuckerrohr mitnimmst, falls du es siehst. Und Kühe halt. Ja, Kühe, ich habe fünf Leder, aber Zuckerrohr war schwer. Also ich bin halt wirklich in Panik. Also ich war eigentlich, ich war auf den Bäumen noch. Bei dem habe ich halt erstmal so Ausschau gehalten, so, weil ich dachte mir, jetzt komm, wenn ich jetzt sterbe, dann nehme ich noch einen mit. Das ist, wo wir das nächste Mal auch daran denken müssen, wenn wir einen Baum abbauen, dass neben uns keine Blätter sind, dass wir weglaufen können, wenn uns jemand schlägt. Das konnte ich nämlich nicht, ich stand in einem Loch da dran. Um 26 sein will Leben, hat er gesagt. Okay, also gleich. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht. 25, 25. Nichts, danke Bescheid. Er hat eine Minute. Ich habe Eisenschwert. Ich habe zwei gebratenes Fleisch. Bayan legt nur noch eine Folge auf. Okay, es ist 26. Okay, ich gehe. Jetzt kommt ein Creeper. Ich weiß es schon. Das ist, woher ich sage, dass alle leben sollen. Ja gut, dann danke, dass ihr dabei wart. Das war die erste Folge. Extrem scheiße. Aber wir werden uns in der zweiten Folge sehen. Ich hoffe, Erlin ist mit dabei. Hat sie ja gerade schon angekündigt. Und bis dann. Tschüss.